Hans-Peter Hallwachs ist ein deutscher Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher. Leben, der Sohn eines Tirads, des Besuchte von 1959 bis 1961 die Schauspielschule, der Kreis in Berlin. Sein Bühendebüt gab er als Pater in Max Frisch Andorra. Es folgten Engagements unter anderem in Bremen, Stuttgart, an den Münchner Kammerspielen, am Bayerischen Staatsschauspiel, am Thalier Theater Hamburg, bei den Salzburger Festspielen sowie am Schauspielhaus Graz. Seit der Ende der 1960er Jahre machte er sich zudem einen Namen als profilierter Charakterdarsteller in Film und Fernsehen. Hallwachs spielte U.A. in Volker Schlöndorfs Drama Mord und Totschlag, in der Stoff aus dem die Träume sind, in der Erich Kästner Verfilmung Fabian, in Hans-Christoph Blumbergs Drama Der Sommer des Samurai im Ost-West-Drama Vaterland, in Bernhard Sinkels Mehrteiler Hemingway, in Margarete von Trotters Kriegsdrama Rosenstraße, in Peter Schamones Porträt Kaspar David Friedrich Grenzen der Zeit und in Komödien wie die Die auf vollen Touren Otto, der Außerfriesische und Raumschiffse Preisperiode 1. Außerdem gab er zahlreiche Gastauftritte in Fernsehserien und Reihen wie Derek Tatort, Der große Bellheim, Medicopter 117, Wolfsrevier, Edel und Stark und Der alte. In den Krimiserien Der Bulle von Tölz, Der Mann ohne Schatten und Mord mit Aussicht spielte er wiederkehrende Rollen. Darüber hinaus wirkte Hallwachs bei zahlreichen Hörspielproduktionen mit. Im Jahr 1973 sprach er eine der beiden Hauptrollen in dem weltweit ersten 3D-Kunst-Kopf-Hörspiel Demolition. Weitere Hörspielrollen waren der Privatdetektiv John Daimers in den Raymond Chandler Hörspielen Bay City Blues und Die Tote im See, Kaiser Augustus in New Steingarders Weihnachtsgeheimnis Der skrupellose Geschäftsmann Toka V.I.I.D. in Fräuleins Millers Gespür für Schnee, einer der Erzähler in Walter Adlers aufwendig inszenierter Adaption von Ted Williams, Arlent, Sartorius in Stanislaw Lemms Solaris und Aragon in Bernd Laus Hörspiel Adaption Der Herr der Ringe. Außerdem synchronisierte Hallwachs unter anderem Alan Rickman und Paul Schenner und las die deutschsprachige Hörbuchversion von Paul Austers Moon Palace. Bei den Burgfestspielen Jagsthausen spielte er 1991 die Rolle des Götz von Berlichingen in Goethes gleichnamigen Drama. Am Schauspielhaus Graz übernahm Hallwachs 2011 die Rolle des Albert Einstein in der Uraufführung von Geister in Prinzten, einem Theaterstück von Daniel Kehlmann. Bei den Salzburger Festspielen spielt er seit 2013 in der neuen Inszenierung von Hugo von Hofmanns teils Jedermann den Glauben. Filmografie 1967 Mord und Totschlag 1968 Tamara 1970 Ohrfeigen 1970 zu 2013 Tatort 1970 1977 1984 1984 1988 1992 1992 1996 2001 2001 2001 2001 2009 2013 2013 2013 Scheinwelten 1972 Der Stoff aus dem die Träume sind 1974 Ein ganz perfektes Ehepaar 1977 Halbe Halbe 1979 Fabian 1982 Ich bin dein Killer 1983 Am Ufer der Dämmerung 1984 Morgen schon 1985 zu 1997 Derrick 1986 Der Sommer des Samurai 1986 Die Stunde des Leon Biscuit 1986 Vaterland 1986 Das Go Projekt 1986 Kaspar David Friedrich Grenzen der Zeit 1986 Die Die auf vollen Touren 1988 Hemingway 1988 Da läuft eine Riesensache 1989 Otto Der Außerfriesische 1989 Reise ohne Wiederkehr 1989 Machtspiele 1990 Die Richterin 1991 Ende der Unschuld 1991 Nie im Leben 1991 Der Mann nebenan 1992 Ein Fall für zwei Tod im Fahrstuhl 1993 Der große Belheim 1993 Wehner Die Juner zählte Geschichte 1994 1994 Rotfang muss weg 1996 zu 1998 Der Bulle von Tölz 1996 Der Mann ohne Schatten 1997 Medikopter 117 Jedes Leben zählt der Kronzeuge 1997 Derrick das dunkle Licht 1998 Der Clown in der Zange 1998 Nathalie 3 Baby-Online 1999 zu 2005 Cisca 1999 Mit 50 Küssen Männer anders 1999 Ein starkes Team 2000 Geisterjäger John Sinclair 2000 Schlimmern Die Leidenschaft seines Lebens 2000 Medikopter 117 Jedes Leben zählt Koras Rache 2001 Soweit die Füße tragen 2003 Die Stunde der Offiziere 2003 Rosenstraße 2003 Tage des Sturms 2003 Der Ärgermacher 2003 Die Rosenheim-Cops-Geheimnisse 2004 Forsthaus Falkenau Folgen Schürfwunde und Giftmüll 2004 Raumschiffse Preis Periode 1 2006 Der Tote am Strand 2006 Am Ende des Schweigens Seit 2007 Mord mit Aussicht 2007 Ihr Auftrag Pater Castell 2007 Noch ein Wort und ich heirate dich 2008 U900 2008 Der Bader-Meinhof-Komplex 2009 So ein Schlamassel 2010 Hubert und Staller 2010 Liebe und andere Delikatessen 2010 Soko Leipzig die Hand Gottes 2011 Die Dienstagsfrauen 2011 Die Rosenheim-Cops ein Fall von Blattschuss 2012 Die letzte Spur 2013 Morden im Norden Tödliche Umleitung 2014 Zwischen den Zeiten 2014 Soko Köln Falschgeld 2014 Das Goldene Ufer 2016 Dona Leon Das Goldene Ei Hörspiele 1969 Edward Beuth Fünf Finger machen eine Hand Regie Heiner Schmidt 1972 Edward Beuth Schwarz wird stets gemalt der Teufel Regie Heiner Schmidt 1978 Robert Matejka Hemingway in Pamplona Regie Robert Matejka 1985 Jan Willem von Die Wettering Der Kommissaris geht in Chur Regie Peter Michel Ladiges 1991 Der Herr der Ringe Aragon Arathons Sohn 1993 Tankred Dorst Merlin oder das Wüste Land Regie Walter Adler 1994 Peter Mohr Zur letzten Instanz Regie Holger Rink 1998 Paul Barth Bombenrolle Regie Klaus-Dieter P.I.T.T.T.T.Rich 1999 Volker Braun Die Geschichte von den vier Werkzeugmachern Regie Jörg Jennings 2002 Dirk Schmidt Ins Herz der Nacht Regie Thomas Leutzbach 2002 Samuel Schiem Haus auf Gott Regie Norbert Schäfer 2004 Philipp Louis Ein Palimpsist Regie Ulrike Brinkmann 2006 Tom Polkert Der Fünf-Minuten-Klassiker Regie Beate Roche RBB 2006 Friedrich Christian Delius Die Minute mit Paul McCartney Regie Christiane Ohaus 2006 Ludwig Fels Hello, I'm Glenn Surly Regie Christiane Ohaus 2008 James Graham Bellart Karneval der Alligatoren Bearbeitung Regie Oliver Sturm 2013 Dirk Schmidt Kontermann Regie Claudia Johanna Leist 2013 Dirk Schmidt Körikel Regie Claudia Johanna Leist 2013 Francis Hill Verdacht Übersetzung Bearbeitung und Regie Regine Arem 2013 Lothar Trolle Judith Regie Walter Adler 2014 Andres Feil Das Himbeerreich Regie Ulrich Lampen 2014 Dirk Schmidt Exit Regie Claudia Johanna Leist Hörbücher 2007 Bernhard Henn Elfen Winter DHV Der Hörverlag Auflage Gekürzte Lesung ISBN 9783867170802 2007 Bernhard Henn Elfen Elfen Ritter 1 Die Ordensburg DHV Der Hörverlag Auflage Gekürzte Lesung ISBN 9783867171731 2008 Bernhard Henn Die Elfen Die Elfen DHV Der Hörverlag Auflage Gekürzte Lesung ISBN 9783899409734 2008 Bernhard Henn Die Elfen Die Elfen Die Elfen Der Hörverlag Auflage Gekürzte Lesung ISBN 9783867171847 2009 Bernhard Henn Die Elfen Die Elfen Der Hörverlag Auflage Gekürzte Lesung ISBN 9783867171700 2009 Bernhard Henn Die Elfen Die Elfen Die Elfen Der Hörverlag Auflage Gekürzte Lesung ISBN 9783867174626 2011 Bernhard Henn Drachen Elfen Wilhelm Heine Verlag Auflage Gekürzte Lesung ISBN 9783837110081